Hallo Leute, hier zurück bei Minecraft, diesmal auch wieder mit Anmoderation, das haben wir letztes Mal ein bisschen verbennt, beziehungsweise wir haben nicht auf den Timer geguckt. Jungs, wieso machst du die Wasserquell? Ich hatte einen Eimer da. Achso, schlau sie. Unnötig. Achso, ja, ich bin auch mal wieder, wie immer da. Wie immer da, ne. Ja, ist meine Perspektive, weil manchmal wechseln wir die ja. Ist unmöglich, egal. Ähm, was ist das für ein geiler Zombie? Was von geiler Zombie? Ich will den aus... Wie das mein Texture Pack anguckt oder ich weiß nicht. Bei mir sieht er ganz normal aus. Ich weiß ja nicht. Meine XP. Hier ist irgendwie alles so dunkel, ich sehe kaum was. Sag mal. Watt mal. Also die Brightness ist nicht ganz oben, oder? Ja, ich glaube, als ich in der Höhle war, habe ich das so fürs Feeling gemacht. Ja. Bling. Vielleicht ist die Bildschirmherdich... Ah, die Bildschirmherdichkeit ist auch so tief. Gut. Jetzt sehe ich schon mal wieder Besseres. Was ist meine Bildschirmherdichkeit eigentlich? Ne, die ist ganz oben. Schön. So, wo waren wir denn hier? Haben wir da jetzt eigentlich Wasser drinne? Ja, im Feld. Ähm. Ja. Nein. Doch. Habe ich reingemacht. Alles super. Schaufel, schaufel, schaufel. Wo war ich denn gerade dabei? Ach genau, wir wollten zusammen eine Höhlen-Tugung machen. Genau, ja, da muss ich mich vorbereiten. Ja, komm, dann bereiten wir uns jetzt mal eben vor. Ich habe drei Brot. Ich habe erst mal... Oh, ich habe was für einen Rind. Ja, mach mal. Mach mal den Ruf rein. Ne, habe ich schon fertig. Ich mache mal zwei Eisenspitze. Ja. Ähm, jetzt muss ich erst mal was machen. Meine Rufen-XP. Oh, das tut mich aber nicht. Nicht aber. Das Rottenflash lasse ich mal da. Das lasse ich auch mal da. Ich habe Steak, Guck, Rock, Chub und Rot. Guck, Guck, Guck. Guck, Guck. Rottenflash, brauchen wir das? Ne, ne. Ähm, nö. Das lasse ich auch mal da. Cobblestowns. Ich die nehme ich mit an. So. Äh. Also die Slimes, das sieht ja echt geil aus. Man guckt so aus dem Fenster an so drei Riesen-Slimes. Ah, ich will auch sehen. Ich will auch sehen. Uh, ich sehe. Ne, dass der Dritt ist und lass ich sogar vier. Ja, stimmt. Vier. Oh. Ich glaube, ich gehe Slimes-Tür. Ähm, jo. Mach ich, komm nicht so glatt mit. Ne, nehm mal die Treppe. Ja, stimmt. Und machen die Türen bitte wieder zu? Ja, ne. Ich muss da aber auch erst durch. Ja, ich habe ja nur eine der beiden zugemacht. Run, bitch. Run. Hier müssen wir übrigens auch noch Türen drücken. Da gleich unten, wenn wir unten sind. Ja. Alter, die Treppe können wir auch nochmal verbessern. Bis das alles eins höher ist. Der Baum ist irgendwie neu hier. Nö. Doch, ist er. Ach nein. Da ist aber auch ein Trieper bei dem oberen Slime. Den mach ich fertig. Oh, ich mach jetzt die Slime daneben. Ich sehe Hexenhaus. Hex, Hex. Vielleicht ist das dann die Hexe. Hexe. Wildes Mausklicken hier. Das ist schlimmer als bei LOL. Ne, das ist bei LOL extremer. Ja, stimmt. Alter, wie viel man hier klicken muss. Also, bei LOL ist das echt extrem. Ich guck gleich mal, ob die Hexe da ist. Ich will endlich mal die Hexe töten. Ey, da sind sogar... Da ist noch ein Slimey. Ach, da ist... Ey, hier sind nochmal vier. Alter, noch... Äh, fünf. Was geht denn hier? Sechs. Geil. Oh, die Arsch. Das ist leichter. Ja, da ist ja klar. Creeper? Wow. Gute Idee. Äh, Creeper. Und da habe ich mich gerade umgeguckt. Und da war der Aufregel. Da war ein paar viele kleine Slimeys. What the fuck? Ich habe den Streit bis in der Erde gefahren. Stirb, 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 stirb. Junge, wie viel sind denn das denn hier noch? Alter, wie viele Slime sind hier? Ah, Junge, guckst... Boah. Es stirbt doch endlich mal. Auch noch zwei. Ich finde wirklich Angst hat man vor diesen komischen Grinsen und Slimes ja nicht, ne? Ne, aber ich habe auch vor ganz normalen Slimes keine Angst. Ach so mal ganz Angst. Ja, die halt normalen, die sehen ja schon ein bisschen... Ich sag jetzt mal heftiger aus, ne? Ja, aber trotzdem, man hat doch keine Angst vor denen. Die sind ganz süße, kleine, schleimige, widerliche Viecher. Ja, die vielen kleinen... Ah, ich habe immer Hilfe beim Slime töten, so durch Creeper, so. Ja, hatte ich gerade eben auch, aber dann waren es irgendwie so tausend kleine Slimes und das war auch reizend. Kleine, 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 kleine Slimes. Wir können gleich auf jeden Fall einige Sticky Bistons machen. Meins glätt. Hup, hup. Meine XP, haha. Mann, egal, ich bin ja schon Level 26. Hier ist mal eben Eisen, das baue ich mal eben ab. Hier können wir auch unsere Höhlen-Tour jetzt beginnen. Ich habe es ja noch nicht so viel dabei, aber es reicht. Wenn hier in der Höhle ist? Ja, ich baue hier doch gerade Eisen ab. Nicht wenig. Ach so, haben wir ja nicht Fackeln dabei? Ich nicht. Jo, ich habe 24, nochmal 32 Kohle. Ah, wenn du aus X dabei hast? Ja, warte mal, ich baue mir mal eben hier einen Baum ab. Wie ja, top vorbereitet hier. Ja, wir wollen ja eigentlich auch nur Slimes töten gehen. Aber wenn wir schon mal da sind, dann können wir auch gleich äh, in die Höhle gehen. Jo. Ist das hier eigentlich die Höhle, die, äh, du schon mal? Ne, es ist mir hier. Ne, oh, jetzt habe ich, jetzt habe ich auf jeden Fall mal genug. Wo bist du? Nur, ich kann dir ein paar Sachen geben. Ich bin schon. Ja, ich leuchte hier schon mal das. Hier hast du das und hast du nochmal das. Weißt du, dann habe ich nochmal das und habe ich nochmal das. Was bin ich noch? Was soll ich auch noch? Das? Ja, es geht runter. Junge, ich muss mich vorbereiten, ja? Ist alles gut. Ich würde mal ein bisschen was ausleuchten. Ne, ich bin nicht so dein Freund von ausleuchten. Merke ich wohl. Aber dann sieht man eigentlich einfach alles besser. Ach so, stimmt. Das Video wird so zu dunkel. Ja, eben. Ja, ich bin eher, ja. Ich bin eher der Typ, der dann so... Maulwurf. Einfach das so mal macht. Maulwurf. Oh, hier sind ein paar viele Typen. Uiuiuiui. Aber mit meinen Boots hier kann ich nicht... Creeper. Ähm. Oh, da. Wow, noch einer! Hilfe. Alter, mich erschreckt das immer so heftig. Erschreckt. Ein bisschen. Äh, das war hier... Ach, da hast du ja. Die Eisen, ey. Mein Deutsch mal wieder, du. Unglaublich geil. So, hier wollen auch voll viel Cola. Ist das schon alles abgebaut? Ja, ich bin dabei. Achso. Gut, gehen wir nach rechts? Ja, wir gehen nach rechts. Würde? Wir gehen nach rechts. Ja, können wir gleich. Das ist noch ein Creeper, Alter. Das ist ja unglaublich. Wie viele Creeper sind hier denn? Aber die Creeper machen im Stein ja gar nichts. Also... Alter, ich bin gleich tot, ne? Ist nichts zu essen. Doch, aber ich... Ich hab jetzt keine Lust... Na, du musst aber was essen, sonst fühlst du dir dein Leben nicht wieder nach. Nee, ich mein, ich hab jetzt keine Lust, mit so wenig Leben gegen Viecher zu kämpfen. Ja. Schön. Ne? So weit macht Spaß. Wieso funktioniert dieses hässliche Bett nicht? Das ist doch scheiße. Bucket-Bug? Ja, dann fix mal den Bug. Ja, wie soll ich den denn fixen? Weiß ich nicht. Mach's einfach. Das ist doch scheiße. Sonst machen wir das demnächst... Nee, ich porten. Nein. Das machen wir das demnächst einfach so, dass wir dann einfach ganz normalen Server, kein Bucket-Server nehmen, weil wir benutzen noch sowieso keine Dinge. Noch nicht. Also Train-Karts will ich irgendwann schon nutzen. Ja, aber komm schon, das ist doch... Das ist doch echt ätzend. So, ja. Hast du mal ganz... Übrigens meine ganzen Sachen aufgesammelt. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Hast du meine ganzen Sachen aufgesammelt? Ja, hab ich. Ja, schön. Toll. Ich hab auch alle dein XP aufgesammelt. Achso, als der XP aufhalten, nee. Ich hab ja letztes Mal, wenn ich gestorben will, irgendwie immer mal XP aufhalten. Ja, ich weiß. Äh, ich glaub, ich lauf irgendwie falsch. Glaub ich, aber auch wo der Intrumpus, glaub so. Also rechts da. Rechts von dem Zeug. Rechts. Hier? Ach da, stimmt. Pumpkins. Davon setzen wir gleich einen auf den Kopf. Nichts, aber nix. Ja, und sieht aber geil aus. Oh, wir fahren mit dem, damit wir Pumpkin-Damen anfangen. Sieht aus wie so'n Juggernaut. Wo ist denn, was war denn die Tasten nochmal? Ah, genau. So. So'n Juggernaut bei MW3, da sieht man auch so. Oh, ich seh' ja geil aus. Ich bin da ne geile Schnitte. Ähm, Hilfe. Fuck. Ähm, 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 ähm. Fuck. Ich glaub, ich sterbe ja auch. Och, du bist doch ne ne inkompetente Sau. Lauf weg. Weg, 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 weg. Verpiss dich da. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber... Ach doch, ist das Haus. Habe noch. Ich komm mal zu Hause. Mach das. Doch. Ich komm mal auf dem Teil mal gucken, ob der auch wirklich gestartet ist. Ähm, haus, 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 haus. Ey, jetzt hab ich mir ja mal meine Lederschuhe. Oh. 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 Meine Lederschuhe. Ich hab nicht ganz Kind von auch Lederschuhe. Boah. Oh, ich mach Bungie-Jumping. Aber das weiß ich ganz genau. Äh, wo bin ich? Oh, mit Skill und Engagement habe ich es natürlich geschafft. Super, diesmal aus einer anderen Perspektive. Äh, wie mach ich jetzt mal hier? Ah, nee, auch nicht. Ähm, hallo. Was willst du? Hilfe. So. Wo bist du? Ah, Morgan. Es ist kein PvP an. Ich merk's grad. Weil wir können hier wunderbar den Clay mitnehmen. Ja, kannst du machen. Aber gib mir erst mal meine ganzen Sachen wieder vor. Dig mal eine Schwur. Die sind am wichtigsten. Die hab ich ja. Ja, egal. Dann gib mir einfach den Rest. Gib mir, was mein ist. Ich weiß ja nicht, was du alles kriegst. Aha. Junge Don. Und wieso schmeißt du das ins Wasser, bitte? Weil du dann runterschwimmen kannst, sammeln kannst. Du bist ein kleiner Mungo. Gib mir auch 64 Fackeln. Mach's schon. Jetzt heb ich gar nicht alles auf. Oh Mann, ey. Hm, mal gucken. Das war zwar nicht alles, aber ist mir auch scheißegal. Ähm, ich würd sagen, wir rüsten uns jetzt erstmal richtig aus, bevor wir wirklich reingehen. Warum? Ich war ausgerüstet. Ich weiß ja nicht, wie dein Problem war. Du warst nicht ausgerüstet. Warum nicht? Ich baue mir jetzt einen Brustpanzer. Wo ist hier die Treppe? Da ist auch so. Ja, warum Brustpanzer? So einen Scheiß braue man ja ich. Doch, ich schon. Für mein Ego. Weißt du, wo aus ich das Teil baue? Das ist Eisen. Mhm. Ja, Eisen haben wir jetzt. Hast du mein Eisen eingesammelt? Fuck. Jetzt. So, vielleicht kann man uns dann ja irgendwann ein kleines Ziegelhäuschen bauen, wenn wir hier ein bisschen Clay gesammelt haben. Ziegelhäuschen? Ich weiß nicht. Nein. Auf jeden Fall. Oh, jetzt sehe ich geil aus. Oh, aber nicht eine geile Schnitte. Ich brauche keine, äh, hier kein Brustpanzer. Ich hoffe, gar nicht schlitten zu sein. Oh, aber so ist man der Boss. Guckst du dir an? Der Baba hat hier gesprochen. Jetzt hat er sich auch noch einen Helm gemacht. Ich habe mir alles gemacht. Dafür hat er ganz Eis gefeuert. Wir haben noch 20. Man nutzt Eisen nicht, ob sich Brustpanzer zu machen ist, wenn er sich überflüstert. Ich schon. Ich schon. Äh, du hast mein Futter. Hast du das ganze Futter? Äh, mein, äh, guckt Bock-Job. Äh, ja. Schön. Ist schon vorbei jetzt? Oh, schon vorbei. Bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, euer, unser, unser neues Intro hat euch gefallen. Okay, ja, das wird jetzt ja hoffentlich in der Folge drin sein. Ja. Ja, Johannes? Ja, ich werde es reintun. Mach ich. Gut, dann bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.